Ob fetzig frecher Fransen-Look oder traditionelle Tolle, bei Natzer in Rimbach werden Frisurenträume wahr. Inhaberin Nathalie Geis empfängt auch sie gern in ihrem Reich. Das Studio punktet mit angenehmer Atmosphäre und guter Stimmung. Freundlich, zuvorkommend und bestens ausgebildet überzeugt das Team von Natzsalon auf allen Ebenen. Neben Waschen, Schneiden und Föhnen bietet man hier verschiedene Färbe- und Töntechniken an. Auch dank spezieller Farben für sehr empfindliche Kopfhaut genießt Nathalie Geis einen erstklassigen Ruf. Haarverlängerungen, Verdichtungen und Beachwaves ergänzen das Spektrum des Meisterbetriebes. Besonders gerne wird Natzer für Shootings und Modeschauen gebucht. Hochsteckfrisuren sind die Spezialität des Hauses. Lassen Sie Ihren Friseurbesuch mit einer indischen Kopfmassage, einem Handpeeling oder einer Ohren- und Augenmassage ausklingen. Natzer – sich fühlen wie eine Königin und aussehen wie ein Superstar.